Während die einen bei Kaffee und Kuchen der Mama einmal Danke sagten, verschlug es andere in die Dessauer Marienkirche. Denn da hatte die Revue-Tanzgruppe Showtime ein besonderes Showprogramm zu Ehren der Mutter zusammengestellt. Und so kamen sie, die Mütter, Großmütter und Urgroßmütter, um sich einmal richtig feiern zu lassen. Ja, wir machen ein Bühnentanzprogramm, das heißt die Revue-Tanzgruppe Showtime hier aus Dessau. Die ganz Kleinen ab vier Jahre bis aufwärts. Wir wollen eigentlich die Mutter ehren heute an diesem wunderschönen Tag. Schon vor Jahren hatte man die Idee, den Müttern einmal auf eine ganz besondere Weise Danke zu sagen. Dann schlief die Veranstaltung etwas ein, um nun aber zu einer hübschen Tradition zu werden. Einmal den Müttern danken. Für die Liebe, die sie ihren Kindern schenken und für die viele Arbeit, die dahinter steckt, die Kinder großzuziehen. Und das machen die Mütter wie selbstverständlich. Und selbst wenn die Kinder dann erwachsen sind, eine Mutter ist und bleibt nun mal eine Mutter. Aber auch für die großen und kleinen Tänzerinnen war ihr Auftritt zum Muttertag etwas Außergewöhnliches. Also was ich so festgestellt habe, die sind sehr aufgeregt. Es ist ja doch ein besonderer Anlass heute. Es sind sehr viele Zuschauer da und wir sind ganz glücklich, die Mutter heute zu ehren. Gezeigt wurden Tänze, mit denen an Meisterschaften teilgenommen wurde und Showtänze aus dem aktuellen Programm. Und da spielen auch die Kleinsten eine Großrolle. Die jüngste Tänzerin der Revue-Tanzgruppe ist drei Jahre alt und beim Blumentanz stellten die Kleinen auch ihr Können unter Beweis. So war der Nachmittag in der Marienkirche für alle ein ganz besonderes Muttertagsgeschenk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017